so ihr habt euch jetzt für rechts entschieden gehe ich da auch gerade mal lang nicht dass ich das noch vergesse und das sieht ziemlich nach einer sacke aus in die ihr gelaufen seid ich gehe mal bis ganz zum ende kommt dann eine tafel mit einem symbol sieht aus wie ein wurm oder eine schlange jeden fall das war eine sackgasse